Also dieses Statement von Hubertus Heil, das hat heute Morgen noch in Berlin stattgefunden, kurz bevor der Minister sich ja dann auch auf den Weg gemacht hat nach Gransee zu Schloss Meseberg, wo ja zur Stunde die Kabinettsklausur stattfindet. Und über all das kann ich jetzt sprechen mit Professor Wolfgang Schröder, Politikwissenschaftler von der Uni Kassel. Und er ist uns jetzt zugeschaltet aus Berlin. Ich grüße Sie dahin. Hallo. Hallo. Also gute Nachrichten vor der Klausur, möchte ich es mal zusammenfassen. Von Hubertus Heil, gestern ja die kurzfristige Einigung bei der Kindergrundsicherung. Der Bundeskanzler hatte ja vor der Klausur angemahnt, man solle statt sich dauernd zu streiten, lieber mal auf die Erfolge und die positiven Impulse der Ampel in der Bundesregierung hinweisen. Sind die Verlautbarungen des Ministers also heute früh in diesem Kontext zu sehen? Kann man auf jeden Fall so sehen. Politik ist Kommunikation, gelingende Kommunikation, lässt Politik in einem positiven Bilde erscheinen und schlechte Kommunikation, macht den Eindruck, die haben den Laden nicht im Griff. Also die Kindergrundsicherung, ich hatte es eben gerade noch mal gesagt, die ist ja nun auch jetzt sozusagen auf den allerletzten Metern perfekt vor der Klausur beigelegt worden. Eine Einigung ist erzielt worden. Expertinnen gehen davon aus, dass es trotzdem jetzt kein so großer Wurf war. Trotzdem hat der Bundeskanzler es eben in seinem Statement noch mal sehr gelobt und gesagt, wie sehr zufrieden er mit dieser Einigung ist. Wird das jetzt eine Kabinettsklausur von beschwichtigen und beschönigen? Was erwarten Sie? Naja, man wird schon versuchen, Einigkeit zu demonstrieren, Handlungsfähigkeit in Aussicht zu stellen und gewissermaßen damit auch die Hoffnung, Ausdruck geben, dass sowas wie ein kleiner Neustart möglich ist. Aber man muss natürlich sehen, und das konnten wir bei der Kindergrundsicherung vor laufenden Kameras mitbekommen, dahinter stehen natürlich eklatante Interessensunterschiede zwischen FDP und Grünen vor allen Dingen. Das heißt, die Frau Paus hat das ja nicht aus Lust und Laune gemacht, dass sie da reingekrätscht ist, sondern die weiß natürlich auch, dass sie hohen Erwartungen ausgesetzt ist. Und so kann man das bei allen Gesetzen durchspielen. Und die beiden Hauptkontrahenten in dieser Regierung, FDP und Grüne, sind Greenhörner, wenn man so will. Im Regieren, sie tun sich schwer damit, gemeinsam hinter verschlossenen Türen die Dinge so auszuhandeln, dass am Ende eine gelingende Kommunikation darstellbar ist. Und wenn Sie die Probleme sich anschauen, die jetzt auf uns warten, ist nicht so richtig erkennbar und nachvollziehbar, wie das besser werden soll. Wenn man sich vielleicht nochmal ganz den Beginn der Ampel anschaut, also wie die Ampel ja eigentlich zustande gekommen ist, dann waren es ja FDP und Grüne, die sich eigentlich zunächst mal zusammengetan haben und besprochen haben und sich ja dann auch geeinigt hatten und gesagt hatten, ja, wir regieren in einer Ampel. Da war ja anfangs, jetzt ist gerade Halbzeit, so ein frischer Wind und auch durchaus ein frischer Geist zu spüren. Was ist aus diesem Geist geworden? Ja, das ist gut beobachtet. Am Anfang war so diese Euphorie des Neuanfangs. Wir bekommen das hin, wir kriegen frischen Wind da rein. Wir machen das ganz anders als die große Koalition und wir werden eine gute Regierung bilden können. Und dann kamen natürlich die großen Hämmer, Krieg, Inflation, Energiepreise und das permanente sich herausgefordert fühlen, die eigene Klientel befrieden zu können. Und dieser Zwang zur Aufmerksamkeit, zur Sichtbarkeit, der wurde dann immer stärker und hat das Gemeinsame zurückgedrängt. Und das Gemeinsame konnte sich dann erst so in einem sehr mühsamen Prozess Bahn brechen. Und das ist natürlich für gutes Regieren vom Ende her betrachtet kein guter Weg. Letzte Frage an dieser Stelle. Welche Rolle spielt denn aus Ihrer Sicht die FDP bzw. das schlechte Abschneiden der FDP ja in verschiedenen Landtagswahlen? Hat das auch einen Einfluss dann auf die Regierungsarbeit konkret? Das hat auf jeden Fall einen Einfluss und Eindruck hinterlassen, weil die FDP hat ja eine Wahl nach der anderen verloren und sah sich als Verlierer bereits dieser Ampelkoalition und damit geradezu aufgefordert, mehr Profil, mehr Eigensinnigkeit, mehr Aufmerksamkeit herzustellen, was ihr ja auch in den letzten Monaten gelungen ist, aber um den Preis, dass die Ampel als Ganzes da nicht gut weggekommen ist. Und das bedeutet eben zusammengetragen, dass wir noch wirklich kein gut eingespieltes Team haben, die ein gemeinsames Projekt haben und die um die Gratwanderung wissen, die sie da auf sich nehmen müssen. Sie sind beide noch sehr an der Front der jeweiligen eigenen Interessen und Klientel orientiert und haben noch zu wenig so den Spirit eines gemeinsamen Projektes vor Augen. Und das zur Halbzeit einer Legislaturperiode. Kein ganz so gutes Zeugnis an dieser Stelle. Professor Schröder, danke für den Moment. Sie bleiben uns weiterhin zugeschaltet und wir sprechen an späterer Stelle in der Sendung gerne nochmal weiter.